So, Tag, weiter nach Frankfurt. Sofort zu meiner gestressten Kollegin Franziska Schimke. Wir haben heute keine Zeit. Wir haben heute doch gar keine Zeit, lieber Martin. Ja, in der Tat. Ich weiß auch nicht. Ich mache heute so viel anderes und komme irgendwie gar nicht zu dem Hauptjob, also Sendung machen. Und bin irgendwie innerlich und auch äußerlich und überhaupt total gestresst. Also danke, dass du so schnell zu mir gekommen bist und dass wir jetzt ganz schnell den Markt abhaken können. Macht allerdings Spaß, wenn man sich den Markt tatsächlich mal in aller Ruhe und mit viel Freude anschaut. Denn heute ist wieder einer dieser Tage, wenn es Schaukelbörse heißt, an dem es nach oben geht. Gestern kräftig nach unten. Aber das Gute ist, diese Handelsspanne zwischen 15.300 und 15.800 Punkten hat gehalten. Kauffreudige gibt es also noch. Und somit geht es heute nach oben. 0,9 Prozent. 15.563. Der aktuelle Stand bedeutet aber trotzdem, auf Wochensicht gesehen, aktuell ein Minus von rund 90 Punkten für den deutschen Leitindex. Das Thema Corona-Delta-Virus-Variante ist ein Belastungsfaktor. Man hat so ein bisschen Sorge, dass das eben dann mit dem konjunkturellen Aufschwung nicht ganz so zügig geht. Biontech-Pfizer hat sich ja jetzt auch schon gemeldet. Also eine dritte Impfung könnte durchaus ein Thema werden. Guess what? Die Aktien von Biontech und Pfizer ziehen darauf an. Die Impflinge, die sind vielleicht nicht ganz so darüber erfreut. Aber was muss, das muss, sagen die einen. Und die anderen machen es einfach nicht. So, und was steht sonst heute noch auf dem Kurszettel? Größter Gewinner, MTU. Die Empfehlung positive von Kepler-Chevreu, die wirkt anscheinend nach. Covestro vorne, Volkswagen, BMW, also die Werte, die zuletzt abgeschlagen waren. Und auch die Deutsche Bank. Auf der Verliererseite Delivery Hero, Siemens Energy, die Deutsche Börse, Merck und SAP. Ich habe schnell gesprochen, habe viel gesagt. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Ich dir auch. Tschüss. Und atme. Tschüss. Und weiter. Ciao. Los, weiter. Regie hat auch gesagt, ich soll mich endlich mal kurz fassen. Ich überziehe jedes Mal. Gut. Also, sieht gar nicht schlecht aus. Sieht momentan halt einfach nach einem Bounce aus. Also auf die Reaktion, auf die Verluste, die wir am Vortag gesehen hatten. Ich hatte ja schon gesagt, da steht immer noch Stellauf vom Donnerstag. Aber gut. Gut. Es war kein Stellauf. Wir haben halt einfach ein bisschen Kurse nach unten begleitet. Levi Strauss. So. Die haben Quartalszahlen gemeldet. Die sind hervorragend ausgefallen. Das Ergebnis je Aktie 23 Cent. Erwartet worden waren nur neun. Der Umsatz 70 Millionen besser bei 1,28 Milliarden Dollar. Ebenfalls besser als erwartet. Das ist der Grund, weshalb die Aktie heute vorbörslich schon deutlich steigt. Drei Prozent macht die nach oben. Und wenn ich mir das Ganze jetzt anschaue, bei drei Prozent in die richtige Richtung, sieht das aus, als wenn wir vielleicht in der kommenden Woche dann das alte Hoch bei 30,48. Ich habe meinen Drücker vergessen. Bei 30,48 in Augenschein nehmen könnten und dann sind wir in Schlagdistanz und dann klappt das vielleicht mit den starken Zahlen im Rücken auch für einen Break-Versuch. So. Jetzt muss ich aus dem Bild. Dann ist es halt eben so. Gut. Jetzt habe ich meinen Drücker und jetzt kann ich auch selber weiter machen. Also. General Motors, die haben heute ein ziemlich cooles Update gekriegt. Also kein Update, aber einen ziemlich coolen Call bekommen von Analysten. Und zwar gehen die Analysten davon aus, ich hatte mir sogar, genau, es war Redbush. Die haben gesagt, Mensch, das wird nicht mehr lange dauern. Wir haben uns die Strategie angeschaut von General Motors und haben uns angeschaut, was geht denn da im Bereich E-Automobile. Und immer mehr Konzerne sagen ja, sie geben jetzt schon Zeitpläne ab, ab wann sie denn eigentlich nur noch E-Autos produzieren wollen. Und die Strategie bei General Motors momentan ist sehr schlüssig. Nach Aussagen dieser Redbush-Analysten, die sagen, die Aktie hat 50% Kurschance, Kurspotenzial. Auf jeden Fall ist ein Outperform-Play für uns. Weshalb? Weil die Anleger anfangen werden, diese Werte neu zu bewerten. Also man wird nicht mehr hergehen und sagen, das ist Old Economy und Fabriken und Verbrennermotoren. Sondern das ist jetzt alles hippe E-Automobilität mit den Möglichkeiten, diese Plattformen dann auch entsprechend zu vermarkten und dann zusätzliche Einnahmen zu generieren. Denn das ist ja das Versprechen, das uns Tesla mit auf den Weg gegeben hat. Alles over the air und dann noch ganz viele Dienste zusätzlich zu verkaufen. So, also hier vielleicht eine 50% Chance, aber ich nehme an, das meinten die Analysten dann eher auf längerfristige Sicht. Amazon, wir schauen uns das einfach an. Die Aktie gestern bockstark bei diesem Ausverkauf, den wir ja gesehen hatten, der gar keiner war. Aber die Aktie hat sich gegen den Trend gestellt. Relative Stärke nach dem Ausbruch. Sieht einfach klasse aus. Sollte man sich tatsächlich ein paar, wenn man es noch nicht längst getan hat, man hat ja ein Jahrzeit, sollte man sich jetzt vielleicht ein paar ins Depot legen. Bei Baidu geht es einfach nur darum, genau wie bei Alibaba, die ich jetzt einblende, geht es nur darum, dass wir doch massive Verluste gesehen hatten. Schauen Sie sich das an, das ist alles abverkauft worden. Diese ganze Erholung, die wir hier in den letzten Juni-Tagen gesehen hatten und bei der ich auch persönlich irgendwann zu dem Schluss gekommen bin, Mensch, es könnte vielleicht jetzt wieder aufwärts gehen und wäre toll, wenn wir hier irgendwo mal so uns hier diese Verlaufshochs wieder ins Visier nehmen könnten. Essig ist gewesen. Dann kam der nächste Treffer, dann gingen die Behörden in China auf Diddy los und noch auf weitere Werte und dann waren auch alle Anleger plötzlich der Meinung, das hat jetzt überhaupt gar keinen Sinn mehr. Also die Allmacht in Peking, die verhagelt uns so richtig das Spiel und das gute Wetter und von daher kam es jetzt, wie es kommen musste. Tencent ist ja nur ein Beispiel. Alibaba ist ja nur ein Beispiel. Baidu, Tencent, Jadikom, Pindu-Do, Bilibili, wie die alle heißen, die sind alle nach unten gelaufen. Und ja, Alibaba hat es schon schwer erwischt, weil die ohnehin im Dauerclinch da mit Peking liegen. Also von daher jetzt so einen Rebound, den wir auch hier heute Vormittag sehen. Ich glaube, es geht zwei Prozent nach oben. Mal schauen, wofür das gut ist. Vielleicht war es wirklich dann am Ende jetzt mal so der Ausverkauf. Aber ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon gesagt habe. Ich will, auf die Bewertung komme ich gar nicht mehr zu sprechen, weil das habe ich Ihnen schon so oft gesagt, das wird langsam wirklich langweilig. Chin Data, die sind cool. Also es gibt drei Unternehmen, die sich mit Datenzentern in China unabhängig, drei unabhängige Unternehmen, die sich mit Datenzentern in China befassen. Das ist einmal Chin Data, das ist das zweite ist 21 Wirenet und GDS Holding. GDS war mal einer meiner persönlichen Favoriten, bis dann ein Short-Selling-Unternehmen aufgetaucht ist, also Short-Seller aufgetaucht sind mit einem sehr schlüssigen, aus meiner Sicht sehr schlüssigen Short-Report, in dem sie Fragen gestellt haben, die wir von hier aus einfach nicht beantworten konnten. Wir konnten nicht sagen, ist das valide, die Vorwürfe, aber es klang für uns plausibel. Deshalb haben wir gesagt, wir stellen das Coverage ein. Vielleicht nicht, dass man irgendwo, es gibt genügend tolle Unternehmen, weshalb muss man dann genau auf eins setzen, wo man nicht genau weiß, ob da vielleicht irgendwas im Argen ist. Bisher ist da nichts nachgekommen. Die Aktie ist dann zeitweise auch wirklich deutlich gestiegen gewesen. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht darum zu sagen, es gibt diese drei unabhängigen Anbieter von Datenzentern, auf die setzen dann unter anderem Konzerne wie Alibaba, Tencent, Baidu, wenn die ihre Cloud-Dienste anbieten. Das ist mehr oder weniger Gebäudeverwaltung, Immobilienanbieter. Sie entwickeln letztendlich die Datencenter, besorgen das Land, stellen die Gebäude drauf, hauen die Racks rein und besorgen sich dann Kunden, die letztendlich über diese Infrastruktur ihre Dienste wiederum anbieten können. So das Ganze in einer kleinen Nussschale mal erklärt. Wenn ich mir in dieser Branche, also unter den unabhängigen Datencenter-Betreibern, diese drei Werte anschaue, dann komme ich dabei raus, dass Trindata das Unternehmen ist, das am stärksten gewachsen ist in den vergangenen Monaten, das sehr gute Margen aufweist und von mir, also persönlich gesehen, insgesamt das schlüssigste Konzept anbietet. Ich finde auch 21WireNet nicht schlecht, aber die sind wirklich hinten dran. Also in diesem Dreigestirn sind die, was die Profitabilität betrifft, sind sie hinten dran und auch was die Auslastung der Datencenter selbst betrifft, sind die hinten dran. Die führen das Feld hier an. Was machen sie momentan richtig? Sie setzen vor allen Dingen auf Regionen, die eben nicht mehr in den Metropolen sind. Bislang war das Spiel, sie besetzen die ganzen wichtigen Städte, Peking, Shenzhen, Hongkong, Shanghai, wo auch immer, wo auch immer diese, letztendlich die Technologieunternehmen auch ihre Sitze haben und wo die letztendlich ihre Dienste anbieten, möglichst nah dran, um dann hier eine möglichst gute Abdeckung zu bringen. Und die gehen jetzt in diese Bereiche rein, eher ländlich, dann sind das eben nur noch Städte der Kategorie 3 und 4, was in China immer noch bedeutet, dass die in der Regel größer sind als Berlin. Und versuchen hier Fuß zu fassen, um das Angebot einfach auszuweiten und vor allen Dingen auch der KP entgegenzukommen, der sagt, Mensch, wir müssen die Digitalisierung in China flächendeckend vorantreiben. Also nicht nur punktuell, nicht nur Peking, nicht nur diese ganzen hippen Städte, sondern auch dahin bringen, wo tatsächlich, wo wir gerne Digitalisierung haben möchten und wo die Unternehmen langsam dazu getrieben werden, auch von der Regierung, ihre ganzen Datenbestände zu digitalisieren, weil das noch keinesfalls wie im Westen üblich passiert ist, sondern da ist ganz viel Papierkram noch oder kleine lokale Recheneinheiten und Speichereinheiten, wo dann die Sachen wirklich mehr oder weniger händisch draufgestellt werden. So, die finde ich gut. Die können sich mal gerne auf die Watchlist legen. Billig ist davon kein Unternehmen. Machen wir uns nichts vor. Intuitive Surgical, die sind schon lange nicht mehr billig, aber ein klasse Unternehmen. Haben wir häufiger dabei gehabt, haben einen guten Einstieg auch gefunden. Die laufen ja ohnehin eine Fantasie, dass wir langsam einen Aktiensplit bekommen. Die zweite, dass der DaVinci-Roboter, also dieser kleine OP-Helfer, der zum Einsatz kommt, dass es eine neue Indikation gibt. Mittlerweile, also momentan, gibt es nur zwei Anwendungsbereiche, was die Operationen betrifft und sie versuchen jetzt von Intuitive Surgical einen dritten heranzukriegen, nämlich Thoraxchirurgie. Das heißt, dann dürfte der kleine DaVinci auch hier sein Meisterwerk letztendlich vollbringen und den Chirurgen zur Hand gehen. Und das würde natürlich das Geschäftsvolumen potenziell erweitern. Also, können Sie sich gerne auf Wiedervorlage packen, aber die Aktie sieht so klasse aus, das gibt es ja überhaupt nicht. Es geht nur nach oben, wenig Druck nach unten, sollte man im Depot haben. Nvidia, da warten wir auf den 19. Juli. Sieht jetzt aus, als wenn sich das Ganze vielleicht auch schon ein bisschen vorher abschwächt. Mal schauen, wie sich das heute am Ende rausspielt. Auch hier die Idee natürlich, der Aktiensplit-Termin ist bekannt, ist der 19. Wenn Sie die Aktie am 18. haben, dann kriegen Sie das ganz normal mit eingebucht. Und ja, dann sind so die Katalysatoren für letztendlich für weiter steigende Kurse auch erstmal raus. Die Aktie hat sich ja fantastisch entwickelt in den letzten Monaten. Virtue, das ist ein Market Maker. Was machen Market Maker? Die sorgen für Liquidität am Markt. Angenommen, Sie wollen sich 20 Apple-Aktien kaufen. Wer sagt Ihnen denn irgendwann, so irgendwann im Tagesverlauf, wer sagt Ihnen denn, dass Ihre Order tatsächlich im gleichen Moment jemanden findet, der die verkaufen will? Oder Sie wollen verkaufen? Wo finden Sie Ihren Käufer? Und letztendlich sorgen Market Maker für Liquidität im Markt, indem Sie die Order aufnehmen und dann für Sie abwickeln. Und dann in der Regel über einen gewissen Zeitrahmen hinweg pendelt sich das Ganze aus. Die verdienen daran, dass Sie sich einen Teil vom Spread nehmen. Also letztendlich Angebot und Nachfrage. Dazwischen gibt es ja immer einen winzig kleinen in den USA, einen winzig kleinen Spread, nennt sich das Ganze. Das ist Ihre Entlohnung dafür, dass Sie das Risiko auf sich nehmen. Das ist ein super Geschäft, vor allen Dingen eines, das richtig lukrativ ist. Die machen auf den Dollar etwa so um die, naja, 28, 30 Prozent Gewinn. Das Interessante daran ist, die sind momentan wirklich richtig günstig. Also das KGV bewegt sich so um fünf, Dividendenrendite, dreieinhalb Prozent. Jetzt sagen Sie, aber wenn das so offensichtlich ist, warum geht der Kurs nach unten, wenn die doch alle davon profitiert haben, dass die Volatilität zuletzt so hoch war. Steigende Volatilität am Markt bedeutet natürlich auch steigende Spreads, steigende Gewinne. Relativ einfacher Zusammenhang. Aber da gibt es jetzt nämlich so einen ganz kleinen Stolperstein zu beachten. Das Unternehmen ist im Zuge der Diskussion über den Verkauf des Orderflows, haben Sie vielleicht mitbekommen, mit Robin Hood, ist das so ein bisschen in Verruf geraten, weil man denen Intransparenz vorgeworfen hat, Frontrunning vorgeworfen hat. Und jetzt will man bei der SEC unter Umständen schauen, ob denn das Ganze Bestand haben soll, also der Verkauf des Orderflows. In vielen anderen Ländern gibt es das schon nicht mehr. Kanada beispielsweise hat es verboten, in Großbritannien ist das auf der Watchlist, also da wird geschaut, ob man sowas überhaupt noch dulden will. Und jetzt die SEC, wie gesagt, scheint ebenfalls so eine negative Haltung dazu zu entwickeln. Allerdings, das Unternehmen selbst hat sich schon geäußert, die haben eigentlich relativ gute Argumente, weshalb es nicht zu einem Verbot kommen sollte und dann wäre das wirklich, sollte es da diese Nachricht geben, packen Sie die sich ruhig mal auf die Watchlist. Sollte es zu einem Urteil der SEC kommen, dass der Orderflow weiterhin verkauft werden darf, dann ist das eine Aktie, die durchstarten sollte, weil sie marktführend mit in den USA sind, weil sie sich dumm und dämlich verdienen. Wirklich wahr, gerade in Märkten, wenn es hoch hergeht, Volatilität steigt und dann dürften diese ganzen Bedenken hier natürlich weggewischt sein und dann könnte es hier kräftig nach oben gehen. Also momentan vielleicht eher sowas für die Watchlist. So, ich hoffe, das war schnell genug für unsere Regie. Wir haben in den nächsten Minuten schon die nächste Sendung. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ein tolles Wochenende, uns allen besseres Wetter und wir sehen uns am Montagmorgen wieder. Bis dann, gute Zeit, gute Kurse. Tschüss.